Ich bin Auftragskiller. Das ist die Tote Menschen für Geld, für viel Geld, Moral, Skrupel, kenne ich nicht. Es ist nicht so, als hätte ich Gefallen daran gefunden oder Genugtuung. Es ist ein Job wie jeder andere. Ich bekomme ein Foto, ein paar Informationen. Ich drücke ab, man bezahlt mich. Ich frage nicht und sie fragen mich nicht. So einfach ist das. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wenn ich zum ersten Mal gemordet habe. Die Waffen meiner Hand. Der kurze Moment zwischen Leben und Tod, in dem man aus weit aufgerissenen Augen angestarrt wird. Die Angst ist gegenüber. Man kann sie fast spüren. Und schließlich der Rückstoß nach dem Abdrücken. Doch das ist unwichtig. Das gehört schon lange zu meinem Leben. Die Angst. Die Angst. Die Angst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020